Da die Rhinoxe jetzt weg sind, willst du eine echte Herausforderung bestehen? Ich weiß, dass du schnell bist, aber ich wette, dass du nicht alle Krebse auf diesem Kurs schlagen kannst und mich auch noch in einem Rennen schlägst. Willst du es probieren? Ja. Abgemacht, Kumpel. In Ordnung. Du siehst nur noch meinen Staub, Trottel. Trottel. Er hört Trottel gesagt. Schlag alle Krebse auf dem Rennkurs, schlage Jäger in einem Rennen über drei Runden. Okay, Nummer eins habe ich schon mal verpasst. Nummer zwei auch. Habe ich ihn getroffen? Ja, tatsache. Das ist der letzte, jetzt müssen wir woher drüben werden. Oh, oh oh. Er hat uns überholt. Direkt wie er es überholt. Ja, tatsache. Ja, tatsache. Ja, tatsache. Ja, tatsache. Er hat uns überholt. Ja, tatsache. Ja, tatsache. Ja, tatsache. Ja, tatsache. Ja, tatsache. Tatsache. Ja, tatsache. Tatsache. Ja, tatsache. Ja, tatsache. Tatsache. Hey, tatsache. Ja, tatsache. Tatsache. Oh, ja. Oh, ja, tatsache. Du hast du das!" Doch, hier gibt es höchstwahrscheinlich eine Zeit, die man schlagen muss. Also, sonst könnten wir jetzt nicht nochmal Rundschuh fahren. Warum fährst du so leicht nach links? Obwohl ich überhaupt nicht lenke. Ah, okay, das waren die zwei, die noch gefehlt haben. Gut, dann... Ah, da müsste ja jetzt eine Zeit stehen. Was brauchen wir denn? Ey, das ist super. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Das wäre so gut geworden, ne? Aieieiei. Gesundheit für mich selbst. Ich übertreibe es auch immer, ne? Ich übertreibe es auch immer, ne? Ob ich das jetzt noch hinkriege? Fuck. Ja, so nicht. Oh, mano. Könnerpunkte halten, okay. Weil ich war gerade etwas verwundert, weil der Ton gefehlt hat. Aber ich bin so oft hingefallen, das ist so übelst machbar. Okay, haben wir hier alles. Ähm, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt. In die Feuerwerksfabrik und machen das beste Level, das ich je gesehen habe. So, wo war die hier oben direkt? Oh, ich hasse das Level. Und die Musik finde ich auch nicht geil. Also allgemein von diesem Level finde ich die Musik nicht geil. Aber allerdings passend, weil dieses das hört sich so voll lavamäßig an. Und hier gibt es ja auch Lava in dem Level. Deswegen passend. Trotzdem mag ich es nicht. Ich helfe einem Knaben namens Hänsel, geheime Raketenpläne wiederzufinden. Und die Zauberin gestohlen hat. Du weißt, dass ich jederzeit bereit bin, Rhinocin zu verhauen. Handel heißt ja. Nicht Hänsel, Handel. So, jetzt haben wir hier... Ich meine, es wäre Thirst Person. Thirst vor allem. Thirst Person. Zum Strafen. Okay. Ja. Okay, wir haben unten unsere Energie. Und los geht's. Okay, war das schon hier? Ja, es war schon hier in dem Raum. Aber ich muss hier unten erst mal die Kiste kaputt machen und ihm hier wehren. Okay, ich muss... Ich glaube, hier ist auch eine Kiste drin. Wow, 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 wow. Das ist zwar eine gute Abwechslung zum allgemeinen Spiel hier, aber trotzdem mag ich das nicht. So, jetzt können wir uns den Kölner Punkt holen. Was war der denn? Ich glaube, der kommt erst später. Ich meine, der wäre auf jeden Fall hier gewesen irgendwo. Und da ist das Loch, von dem ich vorhin gesprochen habe. Ja. Okay. Okay. Wow. Hör doch mal auf jetzt! Okay. Erstmal ihmchen und euch noch. So. Ein Energiepunkt. Müssen wir mal direkt ändern. Ich glaube, ich werde mir auch noch den anderen holen. Hier war ja noch einer. Okay, hier haben wir alles, dann geht's weiter. Okay. So. 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 Das war der letzte? Nee, natürlich nicht! Ah, Patty!